Bei den XX-Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden 38 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt. Austragungsort war das Olympiastadion. Männer Zunächst setzte sich Bedford an die Spitze und sorgte auf der ersten Hälfte für ein extrem hohes Tempo. Auf der 12. Runde entwickelte sich ein Drama, als Viren Putmans tuchierte, abbremste und dabei mit dem hinter ihm laufenden Shorter zusammenstieß. Der Finne stürzte und riss Mohamed Gamoudi mit, während der Tunesier, den es schwerer erwischt hatte, aufgab und es so versäumte. Eine dritte olympische Medaille über diese Distanz in Folge zu gewinnen, rappelte sich Viren auf, übernahm nach sechs Kilometern die Führung und schüttelte mit einer Tempoverschärfung ab der vorletzten Runde einen Konkurrenten nach dem anderen. Ab! Es war der erste Weltrekord über 10.000 Meter in einem olympischen Finale seit dem Sieg von Villaretola 1924 und wegen des Sturzes, der Viren mindestens drei Sekunden gekostet hatte, umso bemerkenswerter. Frank Schotter, der dominierende Marathonläufer der frühen 1970er Jahre, setzte sich schon auf der ersten Streckenhälfte in seiner Geburtsstadt München vom Rest des Feldes ab und gewann mit über zwei Minuten Vorsprung. Die Goldmedaille Bei seinem Zielleinlauf stahl ihm ein Schüler die Show, der mit selbst gemalter Startnummer die Absperrungen überwand und kurz vor ihm ins Stadion einlief, wo er von den Zuschauern zunächst für den führenden Läufer gehalten wurde, bis ihn die Sicherheitskräfte zu dem Zeitpunkt abführten, als Schotter ins Stadion einlief. Tarmak ist der letzte Hochspringer, dem ein Olympiasieg im Stradelstil gelang. Nordweg wurde der erste nicht-amerikanische Olympiasieger im Stabhochsprung seit den Zwischenspielen von 1906, profitierte aber davon, dass den US-Springern in letzter Minute der Einsatz der von ihnen verwendeten Katapultstäbe untersagt wurde. Frauen